Grimma. Der schlechte Zustand der Goethestraße macht eine grundhafte Sanierung notwendig. Diese ist nun beschlossene Sache und wird im Mai dieses Jahres beginnen. Geplant ist, in einem ersten Abschnitt den Teil von der Beiersdorfer Straße bis zur Siedlerstraße auszubauen. Der zweite Bauabschnitt zwischen Siedlerstraße und Kalkberg soll im kommenden Jahr folgen. Um sicheres Fahren auch für Radfahrer zu gewährleisten, soll auf der Goethestraße nach dem Ausbau eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 kmh gelten. 2,2 Millionen Euro soll der Ausbau kosten, die Stadt Grimma trägt davon 540.000 Euro, drei Viertel der Summe werden vom Freistaat Sachsen bezahlt. Am 2. Mai um 18 Uhr findet im Rathaussaal von Grimma eine Informationsveranstaltung zum Ausbau statt.